Moin! Willkommen in Hamburg, am S-Bahnhof Berliner Tor. Hier wurde inzwischen, im Juni 2021, der alte Zugang von der Bürgerweide aus abgebrochen. Das Zugangsgebäude war dort, wo jetzt der Bagger arbeitet. Man erreicht die Bahnsteige während der Bauphase über die Holzbrücke, die jetzt freigegeben ist. Von der Brücke aus bieten sich neue Ansichten auf die Bahnanlagen, wie hier etwa auf den Bahnsteig der S-Bahn in Richtung Bergedorf. Ein Zug aus Bergedorf fährt gerade ein. Im Hintergrund seht ihr das Bürogebäude Berliner Bogen. Hier der Blick zur anderen Seite, wo die S-Bahn zum Hauptbahnhof weiterfährt. Auch das Treppenhaus von der unteren Schalterhalle zur Brücke über die Bahnstrecke nach Lübeck ist schon abgerissen. Die alte Treppe liegt jetzt frei. Leider waren die Fenster der Brücke auch an diesem heißen Sommertag verschlossen, sodass ihr leider mit dem Schmutz auf den Scheiben leben müsst. Hier seht ihr die Treppe und Fahrtreppe, die früher von der unteren Schalterhalle zum Bergedorfer Bahnsteig führten. Im Hintergrund liegen die Gleise der S-Bahn nach Ohlsdorf und Poppenbüttel, wo gerade ein Zug der Linie S-1 oder S-11 einfährt. Hier der Blick vom oberen Bahnsteig zum Hauptbahnhof, mit einer einfahrenden S-21 nach Aumühle. Auch vom oberen Bahnsteig aus sieht man die freiliegenden Treppen. Neben den S-Bahn-Gleisen liegen die Gleise der Fernbahnstrecke nach Berlin, wo gerade ein ICE ankommt. Von der Holzbrücke aus können wir auch über das Dach des oberen Bahnsteigs sehen, an dem gerade diese S-Bahn aus Bergedorf oder Aumühle ankommt. S-Bahn-Gleisen 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 Weiter in Richtung Hauptbahnhof fahren die Züge über die Gleise der Bahnstrecke nach Lübeck und über das Gleis der S-1 und S-11 in Richtung Ohlsdorf hinweg – dort, wo gerade eine zweite S-Bahn einfährt. Als drittes sehen wir noch einen ICE nach Berlin. 021 3 021 Pflizier 021 K Der Bahnsteigzugang ist geteilt, damit sich die Fahrgäste besser verteilen können. Die Brücke selbst bietet einen breiten Durchgang. Hier die Ansicht von der Holzbrücke aus in Richtung Lübeck. Und noch einmal viel Betrieb auf den oberen Gleisen. Berliner Tor ist eine Abzweigung sowohl für die S-Bahn als auch für die Fernbahn. Die Bauarbeiten müssen deshalb gut koordiniert sein, damit der Zugverkehr möglichst wenig eingeschränkt werden muss. Ein Blick auf die Baustelle von der Bürgerweide aus. Und der aktuelle Blick von der Berliner Tordammbrücke. Mit diesen Bildern sag ich für heute tschüß – und bis zum nächsten Mal! Das war mit dem Bildern hier! Hier in der Brücke! Untertitelung des ZDF, 2020